So, liebe Leute, es geht heute weiter mit Pokémon Schwert. In der letzten Folge haben wir tatsächlich die Arena von Papella, die Fäden-Arena. Das war relativ einfach. Die Belegsaufgabe soll Fair Valley sein, also erkunden sein. Aber das haben wir ja schon in der letzten Folge geplant. Also, wir kennen uns ja mittlerweile dort ein bisschen aus und, ja. Wartekindchen. Ich muss noch ein paar Besorgungen in Klaus City machen. Möchtest du mich vielleicht begleiten? Wenn du zum nächsten Arena-Stadion willst, musst du so oder so nach Klaus City. Okay, dann komm. So, mit ihr kennen wir jetzt zurück nach Klaus City. Die Frage ist, ist das in die nächste Arena? Wir haben jetzt fünf Bordern, ne? Klaus City ist immer noch so schrecklich, glaube ich. Das hört doch kein Mensch aus. Aber gut, ein wenig Pokémon mag uns ja gefallen. Also, scheiße. Hm. Geil. Gut, Klaus City kennen wir uns ja aus. Mal gucken. Das wird ja noch eine Gründer haben. Aber ich glaube, wir können ja durchreisen. Wahrscheinlich Richtung jetzt die richtige und nichts so gut. Also dann die rote Sieg, wenn ich sein. Und da dürfte unser Team da ein bisschen wachsen. Und da ist der Bette ist. Die Frage ist, was möchte er? Bist du hier, um zu gaffen? Erfreulich mal einen Anblick. Jetzt, wo ich kein Challenger mehr bin, hast du wirklich nichts Besseres zu tun? Natürlich nicht. Vielleicht hast du sogar recht damit. Seit ich das qualifiziert wurde, hast du schließlich deine gefährlichsten Gegner vom Hals. Äh, ich hab dich quasi in jedem Kampf geschlagen. Also gefährlich, die sind mir gerade momentan noch nicht. Aber denk ja nicht, dass ich aufgegeben hab. Du musst einfach championen. Für die Liga-Präsidenten. Deshalb werde ich ihn darum bitten, mich wieder an der Renativen stellen hinzulassen. Ey, Alter, du hast ein Wahrzeichen der Stadt zerstört. Gar nicht. Oder du hast ein Wahrzeichen der Region zerstört. Also ich glaube, du wirst so schnell wie nicht mehr zurückkehren. Und war der ja recht, dass er dich qualifiziert hat. Also meine Meinung nach. So. Oha, wen haben wir denn da? Das ist mein naturales Pink. Der Junge nimmt kein Blatt vor den Mund. Ein bisschen verschwunden ist ja auch. Das Zeug von Kaka. So mag ich das. Willkommen zu meiner Arena-Motion. Bitte was? Pink. Pink. Verkauf bis Fuß. Pink. Und wir sehen uns lila. Naja gut. Ein bisschen lila ist drin, aber pink doch. Ja, dann warst du schon recht. Herzlichen Glückwunsch, Jungchen. Äh, äh, sie sind doch Papeller, oder nicht? Was in aller Welt soll ich das denn nehmen? Olivia hat dich schablos ausgenutzt und ich wurde ständig für sie sammeln lassen. Richtig? Und jetzt, wenn sie dich nicht mehr braucht, hat sie dich einfach für dein Schicksal überlassen. Ich weiß, wie du dich fühlst. Ich verzweifle, und schütt dir jetzt wie sich gespielt. Ich kann dir vielleicht auch zu dieser Misere helfen. Du musst nur mitbekommen und bereit sein, Einsatz zu zahlen. Kannst du das? Ob ich das kann? Bist du sehr ernst? Ich werde dir von meinen Quillen in Frage. Natürlich kann ich das. Ich werde ihnen zeigen, was in mir steckt. Sie werden schon sehen. Und dann bringe ich sie dazu, mir alles zu verraten, was sie über die Wunschende wissen. Wir verabschieden uns für das Erstkindchen. Du sollst dich als nächstes auf Route 7 begeben und nach Zirschlister weiterreisen. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Route 7 kommt wieder gerufen. Ich glaube, wir fangen mal unseren nächsten Mitglied, wenn ich es richtig im Kopf noch habe. Ich muss gerade mal gucken. Ich hoffe gerade auf meinen schlauen Zettel. Das kann in einem Moment dauern, weil ich muss jetzt gerade noch mal nachprobieren, wo ich es gefangen bekomme. Ich weiß, dass es wieder 7 war. Du bist auf den anderen Rote zu finden. Das können wir aber auch in der Musik. Ich muss mich mit dem schneller machen. Und... Ich hoffe, dass ich den Namen richtig geschrieben habe. Ah, da geht es nicht ab. So, dann muss ich gerade mal gucken. Genau, das nächste Teammitglied wird wieder auf Route 7 zu finden sein. Und danach auf Route 8. Und dann müssten wir eigentlich auch schon unser letztes Teammitglied finden, wenn wir die Route 9 betreten können. Aber das wird noch ein Mönchchen dauern. Und da ist erstmal die gute Sanja. Hallo, da habe ich jetzt voran mit mir nach in den Orden. Ich habe die Artikelstadt von Posberg jetzt von oben bis unten untersucht. Aber ich weiß immer noch nicht, welche beiden Pokémon hinter dem Schwert oder dem Schild stecken. Oder wo sie heute sind. So viel ist es noch unklar. Vielleicht sieht es, wenn ich mir nochmal die Wandäppiche in der Schatzkammer an... Ach, bitte nicht schon wieder. Oh nein, nicht schon wieder. Was in aller Welt war das? Das laute Geräusch geben. Kameras im Klaus-Stadion. Unter dem Stadion befindet sich das Energiewerk des Siegerpräsidenten. Ah, okay. Oh, eine Energiekülle. Hier, was zum... Was, was, was ist los? Äh, mein Energiekülle-Detektor schlägt aus. Soll das einfach heißen, dass man hier Pokémon-Dinamexen kann? Vanjakev, habt ihr eben diesen Knall auch gehört? Wo es geht wahrscheinlich wieder irgendwelche Experimente durch. Das gefällt mir gar nicht. Wenn wir nichts unternehmen, können Sie sich mitten in Klaus-Stadion ein Pokémon-Dinamexen. Im Ernst? Was soll ich mir so los betreiben? Gute Idee. Und ich komme mit, sonst verlässt du dich nur wieder. Ich kann es kaum abwarten, dich beim Turnieren nach der Arena-Tournage anzufeuern. Überlass es hier uns Erwachsenen und mach dich auf den Weg nach Surzester, damit du dir an den nächsten Ort schmachten kannst. Und da kommt der gute Hopp auch noch. Lass mich raten, der möchte natürlich jetzt kämpfen noch. Hey! So, was willst du jetzt von mir? Dieser Waldenpapel, das Fragen waren einfach zu viel für mich. Ich bin immer noch total durcheinander. Aber zum Glück habe ich dich ja nicht wieder eingeholt. Komm, lass uns auf Route 7 gegeneinander kämpfen. Vielleicht ich falle auf die Sprünge. Ich habe das schon fast erwartet, dass er tatsächlich nochmal uns zwingen kann. Jetzt ist ja nicht diese kleine Sperre hier weg. Das heißt, wir können jetzt endlich weitermachen. Weil wir jetzt endlich hier weitergehen, weil das konnten wir ja in der ganzen Weile nicht. So. Okay, dann geht es jetzt weiter. Ich weiß, was er mit dem Buster beginnt. Ich bin gerade aus dem Team. Ich habe gerade aus dem Team keine Rolle. Ich schluss meine Vorne-Pot nach vorne. Wie sie denn in der Ferne-Pot ist kein Team mitgegeben. Ich werde nochmal das Pokémon davor reinsetzen. Ich muss es jetzt mal nur heute mitnehmen, damit ich irgendwas habe. So, Route 7 und hier steht der gute Hopp. Wenn ich Stacke durchfühle mit denen einzuholen, darf ich nicht davor zurückschrechnen, neue Sachen auszuführen. Du weißt ja sicher schon, worauf ich hinausgegast. Hier möchte ich kämpfen. Ja, dann geht es jetzt los. Der fängt an einem Trombok an, das wird sich das nicht beziehen. Deswegen habe ich noch gesagt, ich kriege sie mal kurz rein. Ich werde Bot nach vorne, weil Trombok ist vom Typ-Pflanze-Geist, wenn ich es richtig in den Kopf habe. So, dann reicht es um. Es zu one-hitten. Jetzt geht es mit Dukk-Dukkauer weiter. Nein, bleiben wir noch Klapper, bis in der Lüge. Oh, da können wir nicht hüten, das ist ja gar nicht. Also, hey, mal komplett wieder hoch. Ah, okay, jetzt reicht es nicht hin. Alles in den Prinzip, aber dann geht es mit dem Klammerat halt auch. Das ist das Zweifel, ja. So. Viva loo. Gut, damit kann eigentlich nur ein Talion rein. Okay, das war es mit deinem Starter schon. Da liegt hier mit dem Kliegstorbein. Das geht jetzt, wie gesagt, auch ab. Die Ferneport FM und der TV fliegt jetzt aus dem Team. Eins sogar auf dieser Rutegrund. So, und verlebt sich jetzt weiter. Oh, auch da toll. Sollte damit eigentlich nicht das größte Problem haben. Ich glaube ich bin fast gerechnet, dass es auch nicht nirgendwo kommt. So. Okay, haben wir kurz die Fähigkeiten getauscht. Das bringt uns auch nicht, wir haben. Wir sieben uns. So Level Up für Oktatol, Dooflo, Italian und FM. Alle jetzt mal Nachtsache nach. So, das ist ein Schiff. Ich darf nur kurz das noch. Das habe ich erst mal. Und Oli-Faß. Es ist ein Feuerpokon. Es ist noch eine andere Hebel. Ich habe ihn schon präsentiert. Okay. jetzt kommt auch relax hoch okay okay relax hoch ich bin dabei weil irgendwie ich hab kein kampf hoch mit dem Trick das ist das Problem also auf Aqual-Durchschuss und zumindest noch ein bisschen die Verteidigung zu sehen ja, die geht runter ich weiß, ihr könnt mir wenigstens egal okay, so ist das klar es war mir ziemlich klar, dass da jetzt noch was kommt und so, die anderen sind so hoch dass es noch trotz der Paralyse reicht den Rektor anzugreifen und zwar ja und damit haben wir besiegt weißt du, bevor wir unsere Abenteuer gestartet sind war mir eh nie klar, wie stark mein Bruder wirklich ist ja, wenn ich ihn im Fernsehen gesehen hab hat die denn einfach nur dieser strahlende Stern verliegt aber inzwischen weiß ich ganz genau was seine Stärke ausmacht und was mir dazu noch fühlt ich will vielleicht ein bisschen langsamer sein als du abends viel stärker als früher danke, dass du dir mich erinnert gekämpft hast und ich mach auch dein Team schon wieder fit danke, ja und ich weiß jetzt was ich wirklich will ich will nicht nur gegen meinen großen Bruder kämpfen ich will nämlich sieben ich will die nämlich unschlagbare uns schlagen das dürfen wir schon sehen jetzt wollte ich mir den Arena ordnen die Zürcher sei hoch gut da würde ich mich wieder heraus na gut, mach das so, weiter geht's heute mit der Route 7 und dieser Trainerin die Route 7 ist nicht besonders groß deswegen sind wir auch nicht viel zu lange auf halb 4 so, ich möchte hier noch ein weiteres Team fangen ein Hitze Team fangen das wir natürlich nicht kennen das wird nicht straxen bevor ihr hoffnest werden aber das war gleich gleich weg so, die Badebeer das ist von dem Hitze Team fangen das ist von dem Hitze Team fangen so, die Badebeer das ist ein Hitze Team fangen so, das ist ein Hitze Team fangen dann auch wieder da mal rein da bleiben auch weg auf da weiß ich ehrlich so, wir kriegen gerade jetzt beide nicht mehr weil die Route 8 ist dahinter und auf der Route 8 kriegen wir noch ein Team Also wir kriegen wir wahrscheinlich Inhalte von Kursitz hat es zwei Teamfielder. Wie gut, der Acht auf der Unten muss das sein, oder? Gut. Dann machen wir hier mal kurz einen Abstieg. Ja, das geht natürlich nicht. Weil da steht wieder unsere Freunde von Team Jell. Ich muss mir ja das nächste Team angefangen. Nein, du wirst nicht. Tokio Pala, was ich habe. Genauso wie auch... Mal schauen wir mal an. Ja, erstmal kämmen wir hier mit seinem Kranowitz. Und das ist eigentlich jetzt blöd, dass ich das jetzt so gemacht habe. Ja, ich muss jetzt nicht wechseln. Ich habe nicht mehr... Noch nicht. Noch. Das kann sich bald ändern. Okay, erstmal auf Angeberei, um uns ein bisschen zu verwirren. Aber wir kommen durch mit dem Prozessort. Und erledigen die Skran. Noch nicht. Das Gironi-Matz ist das gleiche in grün. Ich kann nichts machen. Ich habe nichts mit dem Tufesten. Ich habe es ja noch nicht mehr gesagt. Ich soll sich auch nicht wieder ändern. Ich habe nichts mit dem Tufesten. Das hat ja noch nicht mehr gesagt. Ich soll sich auch nicht wieder ändern. Und tschüss. So. Dann haben wir das erledigt. Wir sind jetzt die Piloten. Jetzt versuchen wir mal dieses Kranowitz zu fangen. Weil... Ich glaube, das haben wir noch nicht. Ne. Aber noch nicht. Okay. Dann müssen wir doch nur fangen. Einen Eintrag bekommen. Und ich gehe erstmal auf Folterknecht. Ich glaube, uns Folterknecht dürfen nur einer, als ich die Attacke eingehen kann. Oh, das war's wieder. Oh, das war's wieder. Also irgendwie was... Großes ist hier vorbei. Hier wird auch nicht. Kein Lucky 2. So. Dieses Garnowitz haben wir jetzt tatsächlich durch dieses Leuchten, dass wir da eben in diesem Namen noch mal so abkippt. Ich... 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 õ Ich... 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 Ich, ich. Ich. 41. Okay. Das erklärt's. Ähm... Hat folgenden Grund... Ehm... Perfektion. De. hat vor dem grund umso höher die pokémon vom level her sind die man fangen will also umso schwieriger sind zu fangen das heißt die sollte man ein bisschen was höher sind als das wilde pokémon an was vom gleichen level ist was man stärkste pokémon auch hier wird es sich bleibt nicht im ball in der tasche das ist immer noch gerne mit das ist intellio und vorne weil es einfacher machen 267 es hat schon mal ein paar level mehr als hatte ich finde ich würde hier wenn man nächstes die richtung auf dieser kleinen router ich muss es finden auch einige pokémon dabei die mir weiß ich noch nicht so nicht haben jetzt haben hier fahrer schon haben nein haben wir nicht sagen wenn wir das noch mit fangen das hat fast gereicht also weiß es nicht weil es direkt das erste war in dem ersten wofür den ball geht wenn wir 30 so damit wir zum nächsten eintrag für die opa zum auzinger dürfen wir auch noch nicht haben und dann wäre es einfach mal ich habe das ist das binde aber erst mal kaum mit sich mit singer oder immer uns das mal zimmer mit Die haben wir uns auf Rute 4 damals gefangen. Ich bin Morzen, ja. Wie weit ist es? Eines von unseren Pokémon. So, da ich euch jetzt ein Geist-Pokémon besitze, nehme ich Fatalité wieder raus aus dem Team. Dann ziehen wir dieses Mutzinger mal mit dazu. So, jetzt haben wir kurz gelöst. Wir machen, was haben wir jetzt bekommen? Ja, Psyogon. 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 Das kennen wir aus... Wer ist die Region? Pokémon X noch ist oder nicht? Ich erinnere mich. Ich komme nicht in die Region gerade. Carlos, genau. Es ist Carlos. Da habe ich auch sehr, sehr gerne dieses Spiel verzichten mit Psyogon, weil es eigentlich ganz cool ist. Allerdings auch nur die Männische zuvor. Ich mache die Männische komplett lieber als wirklich zuvor. Das heißt, wir sacken uns Psyogon noch mit ein. Und das hört sich nicht groß, sondern geht direkt mit in den Ball. So, ab in eine PC-Box mit dir. Boah. Ich werde hier ein bisschen für uns singen. Ja. Du wolltest es sich unbedingt vollen lassen. Aber ich möchte es mir nicht mehr nehmen, weil ich habe es wie gesagt schon. Ich kann mir ja gar nicht mehr fangen. Entsprechend ist mir das egal. So. Bist du? Ein Low Cups. Das ist ein Low Cups. Das möchte ich auch noch fangen. Dann noch Low Cups. Das heißt wir auch. So ein bisschen die Viertball. Guck mal, ob wir nicht die Rolle noch genau aufmachen. Und auch dieses Low Cups. Das wäre zu viel groß. Der Viertball sagt es. Ein, das ist jetzt das Foto. Guck mal, ob wir auf dieser Rute Fanger. So. Das ist eigentlich gesagt. Ich hoffe, dass wir es finden. Okay. Low Cups, du warst gerade schon da. Ich brauche ich mehr. Ich muss mal Tumperkode sieben. Ich brauche jetzt einen Spieleberater, damit ich mal nachgucken kann, wie häufig, wie wir heute selten unser nächstes Zielmitglied ist. Ähm. Das ist ein bisschen zu weit gewesen. Ja, Belly. Brauchen wir nicht. Haben wir schon abgearbeitet. Route 7. Jetzt muss ich mal gucken, was gibt's. Okay. Okay. Gut zu wissen. Nein. Nein. Okay. Es läuft tatsächlich rum. Okay. Das ist gut. Das heißt, wir müssen ein bisschen Glück haben beim Spawn. schon. Jetzt mal hole ich mir dieses Iskala hier noch mit. Wenn wir kurz in meinen Sacken. Oh, ein Lackeshof. So. Jut, das wär mal an der Fange. Vielleicht werden wir mitnehmen. Und dann fehlen uns nicht mehr viele Pokémon. Warte mal, Gaunus, Kleopada. Okay, uns fehlen tatsächlich eigentlich nur noch zwei Pokémon. Plus die im hohen Gras Versteckten. Und eins von diesen zwei Pokémon ist unser Teammitglied. Zauberabkommen hier. Ich mach das nicht. Hallo. Das Kleopada, das ist aber ziemlich hartnäckig gerade. Was ist so hartnäckig? Genau, mit diesem Motziger. Alter, geht mir. Alter, dieses hin und her. Der Herrgeramme. So, dann haben wir das auch. Jetzt sind wir noch schnell mit. Also, ich werd's, wir verflüchten, damit es nicht mehr als die Spawnfests. Ich hab's ja schon. Also, ich hab's ja schon. Okay. Ja, mein ist ja gut, Kollege, ey. Du mir nicht auf, die Frischbedaumte ist. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt irgendwie mit ständig die wilden Pokémon hinterher rennen. So, Aquavelle. Töte es. Also, Siege es. Ach, jetzt auch wieder tiefschlagen. Immer die noch irgendwas machen. Immer die halbe Kappi weg. So, Fick. Feierwirbel. Dann tun wir da mal Slam für raus. Oh, ja, dann fällt das kein weiteres Team. Wird irgendwann auch geklaut. Ich find jetzt gerade keinen... Ich weiß jetzt, was ich jetzt hab gerade. Es ist keine alles. Schlimm sind da her, den muss man noch irgendwie bringen oder so weiterkommen. Da ist ein weiteres Pokémon, was wir noch nicht klappen haben. Ich wollte Tula. Der ist auch nicht auf unserer... Liste steht. Vorgina sollte man ziemlich weg machen. Weil... Es schon, die Elektro ist. Ich weiß, was wir zu karten. Was wird es jetzt wahrscheinlich auch mit seinem Ladungstoß zumindest. Tschüss, ich denke, das wird das in der Fall Terrior sein. Ja, das war... Ich weiß nicht, dass ich... Ich weiß nicht, wie ich es so richtig verwert habe. Ich weiß nicht, wie ich es so zu vorkommen habe. Ich weiß nicht, dass ich... Ich bin mit Schwierigkeiten anwärts zu fangen. auch mein gott aber gerade alles es ist wie sich ein käfer pokémon es werden weiterhin in ladung ist damit es uns richtig alle drei wackel habe ich jetzt gedacht will ja nicht Ja, dann müssen wir danach. Ich versuche, dieses Wolltelang zu fangen. Dann machen wir jetzt mal Feierabend. Dann suchen wir den in der nächsten Folge. Dann machen wir das ziemlich die Fall. Äh, weiter. Nein, das braucht jetzt eine Weile. Ich sage, wir haben jetzt Glück, das finde ich. Aber wir wollen sich die. Die wir uns dann so kurz mal anstrengen. Ah, bleibt doch nur drin, ey. Oh, das passt halt gerade. Wie viele sie es bekommen haben. Ich glaube, die wir gerade haben. Jetzt sind wir gute Führer. Ich bekomme noch Bälle. Ne, es möchte nicht. Es bleibt bei seinen... Seine Möglichkeit, uns die nachher nach dem Pokémon rauszunehmen. So, das gleiche Spiegel hier ist mit Octa-Toll. Ich habe so gut wie keine Bälle mehr. Ich habe jetzt... Weil sie mir ständig ausbrechen. Ich habe alle meine Netzbälle weggeholt. Weg da rein. Ich habe ja nichts weiter. Ich wollte nicht von Prämie-Bälle raus. Da kommen wir ja mit ein bisschen Glück, das zu fangen. Das macht nichts. Ich weiß, du hast gewonnen. Ich habe keinen Bock mehr aufgeben. Wir werden es auch mal nochmal erfangen. Naja, dieses Octa-Toll. Also, äh... Weil ich... Ich muss erstmal zurück nach Corsity. Na, klar. Weil ich will es Feierabend machen. Wir sind schon seit etwa so einer halben Stunde dran. Und... Ja, viel haben wir nicht gegen gekriegt. Also, viele Pokémon gefangen, weil es einfach verdammt viel auch nicht schicken. So, erstmal kaufe ich die Bälle. Und im Jahr der Fall... Ich kaufe mir das immer super Bälle. Leise verbrauche ich nicht. Ich denke mal so 30 Stück. Oder die 45. Ich hoffe, ich habe viel Geld. Komm, machen wir es so. Ich kann keine Hände kaufen. So, hier waren wir noch genug. Das heißt, das anliegen. Auf jeden Fall erstmal vorne. Im Pokémon-Sender heilen. Und dann machen wir Feierabend, liebe Leute. Aller, wie gesagt. Das ist jetzt auch irgendwann mal noch gut. Ich bin auch gute 7. Ich möchte da gerne eigentlich mal nichts zu lieb sagen. Eigentlich. Aber irgendwie sagt das Spiel... Du musst gar nichts verdienen mehr. Das kann ich aber mittlerweile auf über 100 Pokémon haben. Müssen ich jetzt mal nachgucken im Pokédex. Nö, noch nicht. 17 Päne oder so. Und dann haben wir... Genau. Ein 100. Also, Voltula wieder. Ah, komm mal. Ich muss jetzt mal spüren. Komm jetzt her. Ah, ich versuchte es sich neu. Jetzt habe ich aber auch viele Bälle. Okay. Du bist Level 38 diesmal. Und das kann man so den Tränen bringen. Nächstes Ball gehst du. So, ich habe ja gedacht, ich bin jetzt... Ich sollte das verändern bisschen einfacher werden. Aber irgendwie sagt das Spiel gerade... Dich, Voltula, ist für dich tabu. Ja, endlich. Doch noch gefunden. So, Voltula geht doch noch und dann kann man tatsächlich Feierabend machen. Mein Gott, liebe Leute. Und da habe ich aktualisiert. Wenn man da nicht gucken, man auf der Liste... Oh, Moment. Liebe Leute, wir haben uns noch nichts. Das Team ist. Mopeco wird es werden. Und nicht... Elektro-Pokémon. Ich habe ein bisschen umgebaut. Und ich habe mich von Marion kregerieren lassen. Das heißt, dieses Mopeco... Oh Gott, das muss ich Pokémon nicht machen. Wird das mit dem Pokéball gehen? Ja, ja. Ich habe mich mit dem Pokéball eingesetzt. Nicht. Ich traue mich gerade nicht, da jetzt um die Hand zu greifen, weil ich weiß nicht, wie stark es ist. Okay, erstmal mit dem Pokéball da Pokémon ausgeschaltet. Ich will es gerne fangen, was einfach diese coole Variante hier kann. So, aber da geht noch Kriegersauger. Ich will mir Pekko noch drehen... äh, noch den Krensackern. Ich habe ja gesagt, ich habe... Ich wollte eigentlich Toxel fangen, was hier zu fangen wäre. Aber... Toxel haben wir jetzt mit dem Team. Und ich möchte... ...Kreuzeln kriege. Yes! Wir haben einen Mopeco und damit wechselt unser Team auf vier Pokémon an. Und damit haben wir, glaube ich, fast alle Pokémon aus dieser Route hier drauf. Äh... FM, tut mir leid, du fliegst jetzt aus dem Team. Und dann kann ich endlich beruhig Feierabend machen. Mit der Route 8 sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bei Let's Play Pokémon. Äh, Schwert. Bis dahin. Tschüss.